Ja, da guckt ihr, ne? Ja, warte, ich muss hier... Oh, Kalli, nicht an der Hand rumkratzen. Ja, Stella, ich bin schon hier... Ja. Ich will doch da auspacken. Ihr könnt einen echt porös machen, ne? Keine Minute Ruhe. Ja. Ja, ja, Stella. Lauf weit. Ah, die armen Vögelchen, immer die fliegenden Bälle. Gerade mal versucht, da schöne Fotos zu machen. Aber das ist natürlich schwierig. Die Hunde sind immer da, wo ich bin, ja. Ja, was denn, Kalli, Manni, Manni? Ja, was denn, Kalli, Manni, Manni? Geht dir wieder alles nicht schnell genug? Hm? Ja. Au. Hm? So, ihr könnt mich mal... Kalli, nun kratzt doch nicht die ganze Zeit an mir rum. Was nehmt ihr morgens eigentlich? Super-Nerv-Tabletten? Ja? Ne? Ne? Oh, war dich fein, ne? Herr Stella, der Bruno hat jetzt deinen Ball. Hast du Pech? Gerade da geguckt, ein Rotkehlchen kommt da auch. Ist das nicht süß? Aber ich schaffe natürlich keine Fotos bei dieser Quengelbande hier. Ne? Ihr könnt mal gucken. Ich mach jetzt auf und dann gucke ich, was ich hier geschenkt bekomme. Ich schaue jetzt. Ich schaue jetzt. Und jetzt